1951 unterzeichnen sechs Staaten den Vertrag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Lück auf! Das Energieprogramm der Bundesregierung hilft der Kohle. Saudi-Arabien offeriert ein Tauschgeschäft. Öl gegen Waffen. Erdgas gegen harte Devisen. Wachsenden Bedarf nach Gas. Das ist Geschichte. Wir haben uns auf die Eckpunkte der Wasserstoffstrategie geeinigt. Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselrohrstoff. Grünen Wasserstoff, den wir unbedingt für die Industrie brauchen. Der grüne Wasserstoff ist für uns die Zukunft.